Oh, da oben ist ein Team. Okay, da ist Venation, da ist Venation. Venation kommt, okay. Venation, be care, be care, be care. Okay, sie kommen, sie kommen auf uns. Nice, jetzt haben wir das, was wir nicht vorgesehen haben. Ja, kacke, scheiße. Oh, ich wurde einmal gehittet. Aua, 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 aua. Zweimal, 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 warte, ich lauf, ich lauf. Moin moin, meine Liegen Külischüss und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Titan 2. Heute mal jetzt mit dem Bummsorgi und wir gehen auf die Zwei-Eins-Go. Denn wir haben mal wieder so eine kleine Stresssituation, sag ich jetzt mal, weil ein Fight bevorsteht. Ja, es wurden Leute gefragt, ob man irgendwie zum Spawn kommt und so eine Massenschlacht macht quasi. Und die dachten uns so, hey, wir wollen fighten, das lassen wir uns nicht entgehen und machen uns jetzt dafür quasi bereit. Ja. Das Problem ist halt einfach nur, ich mache jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen was zu essen, also nur, dass du das auch weißt. Oh, Jay flüchtet schon, Mann. Ey, kein Bock auf den Kampf, tschüss. Ja, ja, alles klar, alles klar, Jay fliegt vor und verpässt dich, ish. So, ich mache mir hier gerade kurz was zu essen. Ähm, ja, das ist sehr gut. Moment, ich mache mir auch noch mal ganz kurz was zu essen. Alter, Vater, ne, also dieses Dingens, ich mache da gleich, äh, Alter, ich mache da einfach mal die Benachrichtigungen raus. So. So, Vini und Turbination sind auch da. Fuck, ich dachte nur Vini, Alter. Ja, ja, Vini hat geschrieben, dass Turbination schläft, aber anscheinend ist er jetzt aufgestanden. Gut, äh, das wird das Ganze natürlich ein bisschen erschweren. Wir werden jetzt nicht direkt hinlaufen und denken, boah, wir sind die Besten, wir klatschen jetzt alle, sondern wir halten das so ein bisschen taktischer. Ja, das heißt, ähm, ja, ja. Also, es ist uns auch egal, ob man im Endeffekt abstaubt oder nicht oder sonst irgendwas. Das ist ein PvP-Projekt, wie gesagt. Und gucken, dass wir überleben und Kills machen können. Also, es ist mir, mir persönlich ist es im Endeffekt egal. Wenn wir was abstauben, ihr könnt rumhaten, wie ihr wollt, ja, ihr werdet aber blockiert, weil ich habe auf sowas eigentlich gar keine Lust. Ähm, und es gehört halt dazu, ne? Es gehört halt dazu, es kann auch sein, dass wir abgestaubt werden, wir wissen es nicht, vielleicht überleben wir, vielleicht sterben wir. Wir werden aber ein bisschen Pussy-Taktik machen, das heißt, wir werden nicht einfach reinrennen und drauf und ramba zamba, sondern werden uns ein bisschen zurückhalten und gucken, dass wir eben ein bisschen taktisch vorgehen. Ja, ja, ich bin sehr, sehr nervös, Leute. Meine Hand zittert ein bisschen. Ich habe 18 Pfeile. Okay, ich habe zwei Pfeile. Ich bin bereit, ich bin soweit echt bereit. Ich habe auch einen Goldapfel. Ich weiß nicht, wie viele Diamanten hast du nicht mehr, ne? Äh, ich habe zwei Diamanten, habe ich noch. Ah, okay, das sind keine vier. Und die habe ich jetzt schon mal in Safe Inventory gepackt. Ja, also ich habe jetzt im Safe Inventory, ich mache da sonst mal das Zitrinohr, das Goldohr und das Eisenohr mache ich da bei der Eisen. Ich habe gar keine Eisen mehr, ne? Denn, Leute, wenn es noch viele vielleicht noch nicht verstanden haben, sollten wir jetzt sterben, sind wir trotzdem noch nicht draußen. Wir haben insgesamt drei Teamleben. Unsere Teamleben sind noch voll, weil wir sind weder in der ersten noch in der zweiten noch in der dritten Folge gestorben. Ähm, das bedeutet, sollten wir jetzt sterben, fallen wir, glaube ich, auf zwei Herzen runter. Also wir verlieren einfach ein Teamleben. Ja, genau, wir verlieren ein Teamleben. Und insgesamt hat man drei Teamleben. Das ist deswegen so, dass es einfach vielleicht ein bisschen länger auch geht und ein bisschen mehr Fights gibt. Ähm, mal schauen, mal schauen. Und wir gehen jetzt einfach mal zur Koordinate 0. Oh, Brahmin und Dalu sind auch da, okay. Ja, ja, also es sind so viele Menschen da. Wir, äh, rushen jetzt einfach mal zum Spawn. Ich habe eine Enderpelle. Das heißt, im schlimmsten Fall werde ich mich aber mit der Enderpelle wegporten. Okay, das ist sehr gut, ja. Und ich, äh, gehe dann halt einfach drauf. Wir sind definitiv, also, wir sind definitiv nicht das schlecht equippteste Team. So, Moment, äh, bleib mal ganz kurz stehen. Ich habe mir nämlich gerade noch überlegt, äh, dass ich mir jetzt eventuell noch den, ähm, Lava-Eimer, obwohl, scheiße, ich habe gar keinen Lava-Eimer mehr. Okay, ja, egal. Dann, äh, passt das schon so, wie es ist. So, aber ich habe ein Feuerzeug, das ist gut. Ich habe ein Feuerzeug, das ist gut. Ich habe ein Feuerzeug, ähm, gut, ähm, dann komm mal mit. Ähm, ja, wir haben definitiv nicht schlechteste Equip. Also, wir haben echt Titan Chessplate, äh, Diamond Chessplate und Diamond Schwert und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das ist, äh, nicht das Problem. Ich glaube halt einfach eher, dass es gut sein kann, dass man da halt mitten in diese Massen-Dingens gerät und dann halt im Endeffekt drauf geht, weil, ähm, halt alle auf dich draufhauen, so nach dem Motto. Ja. Man kennt's ja auch, äh, hopp, hopp, hopp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Alter. Also, ich würde ungern jetzt über so eine Kette hochgehen, ich würde da wie einen anderen Weg suchen. Ähm. Ähm. Ja, aber ich glaube, dass jetzt ein paar auch hier einfach campen und dann irgendwie vielleicht schauen... Oh, da ist ein Wasser, guck mal, da ist so ein Wasserstrahl. Ja, ja. Äh, man muss zu sagen, Freunde, ich bin, äh, krank eigentlich, aber wir machen jetzt diese Aufnahme trotzdem, weil diese Möglichkeit bietet sich halt nur einmal im Leben. Oh Gott, Let's Fill und Crafting-Pets sind auch da. Einfach mal, wahrscheinlich die Hälfte der Leute, äh, die im Projekt sind, sind jetzt auch auf dem Server. Alle, die irgendwie in Erwägung ziehen zu kämpfen, die sind jetzt hier, weil eine bessere Möglichkeit für Fights gibt's nun mal einfach nicht. Und, ja. Deswegen zu sterben. Das wäre so fail. So. Warte, warte, warte. Ich bin so nervös. Einfach dann mal drauf los. Ich bin so nervös. Alter, ich zitter richtig, aber es liegt auch dran, weil es hier voll kalt ist im Zimmer, deswegen. Ja, ja, ja. Nee, ohne Witz. Ich hab davor schon gezittert, okay. Pass auf. So. Pass auf, pass auf. Weil ich weiß ganz genau, Crafting-Pet und Let's Fill, die müssen unten sein, weil die in der letzten Folge ja unten waren. Wow! Was? Wenig Kraft hat nie... What? Okay. Okay. Pets mit sind weg. Das war schwach, Leute. Alles klar. Das war schwach. Bram ist am Zuschauen. Das merkt man schon. Okay. Ja, wenn ich gesagt... Also, ich würd aufpassen mit dem Reinrennen, weil die werden irgendwo in der Mitte sein. Ja. Holy Crap. Gott, Gott, Gott. Und es ist Venation, also ohne Scheiß gegen die will ich nicht kämpfen. Nee, nee, nee. Weil da haben wir null Chance. Warte, ich... Okay, ich seh jetzt die Mitte. Oh, da oben ist ein Team. Okay, da ist Venation. Da ist Venation. Fertig zurück. Ja, ja. Seht die nicht. Äh, da vorne. Also, ich hab die Sicht weiter... Lass mal in dein Haus gehen. Kann man in dein Haus rein. Okay, aber wenigstens hat er doch Respekt ausgesprochen für den Mut. Ja, ja. Aber damit können sie sich jetzt auch nichts kaufen. Ja, es bringt im Endeffekt nichts, ja. Also, es ist halt schon so, wow, es ist mutig, sich zu stellen. Es wäre genau gleich, wie wenn man Venation snipet. Es ist mutig, aber wenn du stirbst, das bringt es ja am Ende, weißt du? Okay, ja. Oh, da, okay, da sind die beiden jetzt. Also, Pete Smith ran weg. Okay, wenig steht da. Können jetzt natürlich von hinten drauf gehen, aber der hat halt ein Full Enchantress Titan Assert. Das ist ein Full Titan, ey. Das ist so, das ist... Ich würde fast gucken, dass wir in den Häusern rundherum vielleicht irgendwo ein paar Gegner finden. Es wäre halt irgendwie geil, wenn Crafting Pad und Let's Fill oder sowas in der Nähe wären, die halt nicht damit rechnen und wir irgendwie aus dem Hinterhalt angreifen können. Das wäre halt echt schön. Bram zum Beispiel, die ist ja auch nicht in der Mitte, kommentiert hier aber alles. Das heißt, er ist in der Nähe. Richtig, ja, Kommentator hier. Ja, es ist ein real Let's Sayer halt, ne? Ja. Also, ich kann ja schnell den Stein abbauen mit der Spitze, ich bin voll Idiot. So, ich gehe mal kurz hier ins Haus rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe halt echt Angst, weil... Weißt du noch, so die Aussage, wir sind die Fickers im Projekt. Ich glaube, den Titel hat uns schon jemand anderes abgenommen. Also, Fakt ist, dass wir Nation halt um einiges besser sind. Oh, Achtung. Wir bauen uns runter. Ja. Alter, geht ruhig. Mann. Okay. Also, warte, lass mal kurz hier hinten durch ein bisschen. Ich weiß halt nicht, wo die ganzen Leute sind, ne? Ja, ich weiß, ich wette mit dir, die campen hier auch irgendwo und warten nur darauf, dass irgendwie in der Mitte viel gekämpft wird, dass die sich dann vielleicht einmischen. Ja, ja. Oh, oh, da ist Pete Smith. Ah, da ist Jay. Äh, lol, die sind beide ausgerüstet und haben jetzt beide wieder Rostung an. Was? Äh, da vorne sind die, siehst du die? Siehst du die? Ne, 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 also ich bin ein bisschen weiter nach hinten gegangen, weil wenn wir die anläufen... Das sind Benni und Haupner, Benni und Haupner, wo bist du? Benni und Haupner, ja, die rennen hin zu denen. Die wollen die töten. Ja, die schlagen die schon, die schlagen die. Wollen wir drauf? Wollen wir? Ne. Wollen wir nicht? Warte, komm, wir gehen mal ein bisschen weiter nach vorne und gucken uns ein bisschen um. Wir schauen uns mal um, ne, wir sneaken von raus zu hause. Es bringt nichts, einfach drauf zu rennen, ohne Spaß. Also klar kann man jetzt sagen, hier, da ist solche Pussy, bl 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 bl, aber das bringt nichts. Weil, guckt's euch an, hashtag eure Götter sind raus. Ja. Benni und Haupner sind da in der Mitte. Wie sieht man? Die haben ein ähnliches Equip wie wir halt. Ja, die haben halt, äh... Ein bisschen mehr Teilensachen. Gut, also der eine da hat ne Ding... Scheiße. Fell from a high scale, alles klar. War mir viel zu groß, aber... Nein, 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 das ist ein Troll, das ist ja nicht richtig. Hä? Das hat er einfach geschrieben. Ne. Doch, klar. Warte. Ne, weil dann wäre ja dieser Pfeil da. LOL, was? Brahmin ist ja gestorben, what the fuck? LOL. Okay, ja, Brahmin ist tot, der rennt hier gerade. Haupner und Benni verfolgen den. Ich mein, ich weiß nicht. Prinzipiell, wir könnten schon drauf, ja. Wir könnten es tun. Und im Notfall rennen wir halt dann einfach weg oder runter oder so. Jaja, also, lass mal ein bisschen offensiver gehen. Ja, wir müssen ja nicht übertreiben, ne? Nicht gleich sofort ganz hingehen. Jetzt müssen wir uns halt immer absprechen. Wer auf wen und so weiter und so fort. Ich hab einfach das Gefühl, es lag bei mir im Spawn ein bisschen. Oh Gott. Vielleicht sehen die uns dann einfach nicht. Oh, da ist noch Equipment. Das könnte man mitnehmen. Die haben XP-Bottles. Ich frag mich gerade, wo sind die? Ich hab so Angst, dass jetzt dann, ich hab so Angst, dass wenn Nation jetzt dann gleich von hinten kommt und dann was drauf rennt und wir dann sterben. Ja, hab ich auch. Okay, die sind dann nach unten gelaufen, ne? Die sind dann nach unten gelaufen. Ja, wir, wir können schon mal gucken. Weil ich bin halt... Einfach immer schön genug essen. Wir haben es gelernt. Ja. Letztes Titan. Wir sollten diese Erfahrung... Okay, in fünf Minuten werde ich nämlich schon gekickt. Ja, ich auch. Ja, es ist... Ach, fuck it. Wo sind die hin? Kacke. Hinter uns ist niemand. Außer ne spinnende, hessische. So. Die ist tot. Okay, ich glaube... Ah, da vorne, ja. Da sind die. Oh, aber die werden gerade von Venation verfolgt. Warte, ich geh wieder ins Haus. Ich geh wieder ins Haus. Lol, die werden von Venation verfolgt. Wir könnten jetzt auch hingehen und einfach Benny abstauben. Wir könnten draufgehen. Aber ist es das Risiko wert? Oh, die kommen, die kommen. Lauf, 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 lauf. Lauf. Zieh dich ein bisschen zurück. Ich weiß nicht. Die haben Fire-Spec. Ich weiß nicht mal, ob die uns überhaupt gesehen haben. Ich schieße ein bisschen mit dem Bogen drauf. Oh, Gott. Ja, ich habe ihn einmal getroffen, Veni. Okay, es hat gerade bei mir etwas gelaggt. Ja, bei mir auch. Achtung, Achtung, Achtung. Tobination kommt. Tobination, be care, be care, be care. Okay, sie kommen, sie kommen auf uns. Nice, jetzt haben wir das, was wir nicht... Ja, kacke, scheiße. Oh, ich wurde einmal gehittet. Aua, aua, aua. Zweimal, zweimal, zweimal. Warte, ich laufe, ich laufe. Okay, Veni ist hinter mir. Ich habe ihn Wasser einmal gesetzt. Ach, scheiße. Ich feile, ich feile, ich feile. Okay, ich konnte ihn jetzt zum Glück ein bisschen ablenken. Nee, ich nehme gerade auf. Nicht reinkommen, nicht reinkommen. Ich werfe die Enderperne. Weg, weg, weg. Oh, Gott. Okay. Ich wurde abgefressen. Ich renne, ich renne. Okay, ich konnte abhauen. Ich konnte abhauen. Fuck, Alter. Ich konnte abhauen. So viel Schaden. Vergiss es. Nee, nee, ich konnte abhauen. Ich bin ganz weit weg. Ja, aber die sind jetzt hinter mir. Die sind hinter mir. Die sind hinter mir. Scheiße, scheiße, scheiße. Versuch einfach, solange es geht, wegzulaufen. Bitte, 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 bitte. Du musst das schaffen, weil ich könnte jetzt locker runter und dann hätte ich das Ding. Das Problem ist, ich kann mich halt nicht alleine reinholen. Okay, Hauptner wurde jetzt auch gekickt. Fuck, die sind noch hinter mir. Scheiße. Minecraft has run out of memory. Fuck. Hey, ihr seht's, Leute. Ihr seht's. Und es war kein Combat Lock. Das heißt, es war auch keiner hinter mir. Hä? To relever this game has quit, we've tried to free up enough memory to let you go back to the main menu and back to playing. Ich bin gesprungen. Scheiße. Jetzt muss ich das Spiel neu starten. Kacke, kacke, kacke. Ja, ich bin am fliehen. Es ist so lächerlich. Ohne Spaß. Das war genau das, was wir nicht wollten. Beide sind hinter mir. I got wrecked, baby. Nein, nein, nein. Du wirst das schaffen. Du wirst das schaffen. Du wirst das schaffen. Wie denn? Ich glaube an dich einfach. Ich glaube einfach an dich. Ich laufe schon die ganze Zeit. Irgendwann müssen die auch stehen bleiben und was essen. Wie viel Leben hast du noch? Ich bin fast wieder voll. Ich habe noch zwei extra Herds. Also vier extra Herds. Oh Gott, da kommt eine Enderpelle. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, 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 shit. Okidoki, bin wieder oben. Bin wieder oben. Ja, ne, jetzt, jetzt, jetzt haben sie mich. Jetzt, jetzt haben sie mich. Nein, 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 stirb nicht. Ich hab's dir gesagt, das ist das Selbstmord. Ich hab's dir gesagt. Ich sag das dir doch. Bist du jetzt tot? Ah, scheiße, noch ein halbes Herz. Ja, das war's. Nein. Ja, das war's. Nein! Fuck! So, ich hab instant respawn gemacht. Whatever. Warte, ich hol dich am Spawn ab. Bist du weit weggelaufen? Ich bin am Spawn jetzt. Ich bin am Spawn. Fuck! Ich hab's dir gesagt. Konntest du die, äh, äh, chestbelt retten? Äh, nee, nee. Warte, Killer, komm zu mir, Killer, komm zu mir. Hier, siehst du mich hier unten? Wo? Äh, hier, hier, hier. Was, wo? Siehst du mich da? Ja, da. Siehst du mich, ja gut. Also, ich hab dir gesagt, wir werden sterben. Ich hab's gesagt. Ich meinte, wir sollen nicht feiten. Aber, wir haben's gewagt. Wir sind gestorben, whatever. Fuck it. Aber es ist so krass. Die haben so viel Schaden gemacht. No chance. Ja, was haben die denn für ein, äh, die haben eine schärfe 2 Titan-Schwert, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Also, es war eigentlich völlig behindert. Weil, keine Ahnung, ich hab die anderen nicht gesehen, ne? Es ist ohne Scheiß. Die anderen waren einfach saubersteckt. Und, ja, whatever. Also, wir gehen wieder farben. Tschüss. Gut, wir haben aber wenigstens jetzt nur ein halbes Leben verloren. Das heißt, theoretisch dürften wir noch dreimal sterben. Ich hab ein ganzes Leben, ähm... Ne, viermal, oder? Wir haben noch zwei Teamleben. Ja, gut. Also, es war fail. Es ist schade. Jetzt ist die Titan-Chastblade halt weg. Aber... Ähm, müssen wir dann auf jeden Fall richtig reinbangen. Aber es war so klar, dass wir gegen Venation halt aber keine Chance haben. Weil, ich weiß nicht. Also, ohne Scheiß. Man kann viel sagen. Die beiden sind gute Spieler. Aber so viel Glück, wie die beim Farm hatten, das hab ich ja selber noch nie erlebt. Ja. Ich hab kein Essen mehr, weil du willst. Äh, Essen. Ja. Ich kann dir zwei rohe Fleisch geben. Ja, wow. Das... Sonst hab ich auch nichts mehr. Aber am besten du isst das jetzt anstatt ich. Äh, ja. Ja, dann... Weißt du was? Wir werden in 30 Sekunden gekickt. Dann lass da noch nach vorne gehen. Da zu dem Berg. Und, äh... Dann lass uns da versuchen, dann schon mal runterzuklaven oder so. Ja, ja, nee. Äh, aktuell sind wir sowieso nicht. Das heißt... Also, wir sind jetzt ja in Folge 9. In Folge 9 sind wir jetzt. Das heißt, wir werden einfach, ähm... Jetzt dann in Zukunft halt wieder ein bisschen farmen. Unser Equip wieder... Loll. What? Also, ich bin ab sofort nicht mehr geschützt. Wir werden jetzt unser Equip wieder aufarbeiten. Und werden dann am Ende trotzdem fliegen. Es ist halt... Ja. Wir haben was probiert. Es hat nicht funktioniert. Es ist schade. Ich hab gesagt, es ist Selbstmord. Er wollte trotzdem drauf. Also, whatever. Ich wollte trotzdem drauf. We tried it. Es war eigentlich im Prinzip meine Schuld. Aber ich wollte halt einfach auch ein bisschen Action mit reinbringen. Wie gesagt, es war Action. Leider nicht auf der guten Seite bei uns. Das heißt, äh... Eigentlich haben wir den Kürzein gezogen. Beziehungsweise Killer, weil er gestorben ist. Aber, ähm... Ich konnte ihn ja zum Glück mit dem Wassereimer... Der Wassereimer, äh... Turbination hat mich ja verfolgt. Ich hab dann den Wassereimer gesetzt. Äh... Und dann... War er halt da weg. Ich hatte gar keine Chance. Echt. Also, ich hab sowieso gefällt. Ich wollte eigentlich Lava-Eimer setzen und dann drauf. Hab den Lava-Eimer... Konnten den Benni und Hauben abhauen. Konnten die abhauen. Weil die haben ja dann abgelassen von denen. Und sind dann auf uns gegangen. Also, kein Ding an euch beide. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge, Freunde. Schaut auf jeden Fall auch noch bei dem lieben Bummzogel vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis denne. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.